Juradent, das Rechtsportal für den Zahnarzt. Das ist Julia Weiß. Sie ist für ihr Leben gern Zahnärztin. Helfen und heilen, den ganzen Tag am Patient, darin geht sie auf. Julias Leben könnte so schön sein, wäre da nicht die Bürokratie. Gesetze und Verordnungen, Dokumentationspflicht, Vorschriften, immer was Neues. Wer soll da noch durchblicken? Und da ist dann noch Peter Schmitz. Er ist privatversichert und Patient bei Julia Weiß. Eigentlich ein guter Kunde, nur er sorgt immer wieder für Ärger. Oder besser, seine Versicherung, denn die zahlt oft nicht. Manchmal sagt sie auch, die Rechnung von Julia Weiß wäre nicht korrekt. Und weil er sich nicht auskennt, kommt er damit in die Praxis. Leider ist er nicht der einzige Patient, bei dem das so läuft. Julia Weiß hat dann immer ein Problem. Natürlich will sie ihren Kunden nicht verlieren. Sie will aber auch nicht auf ihr Geld verzichten. Also kümmert sie sich darum. Sie schreibt zum Beispiel einen Brief mit einer Stellungnahme an Peter Schmitz. Den kann er seiner Versicherung schicken. Das nennt sich Service. Die Patienten finden das gut. Wie sie das schafft, so neben der ganzen Arbeit in der Praxis? Julia Weiß kennt sich aus, dank JuraDent. JuraDent ist das Internetportal rund um das Recht in der Zahnarztpraxis. Bei JuraDent finden Sie schnell und einfach jede Menge Informationen für die tägliche Praxis. Tipps, Hinweise und Erklärungen zu Rechtsfragen, Gerichtsurteile, Textbausteine für den Schriftverkehr, Merkblätter für Patienten, Stellungnahmen der Verbände und vieles mehr. Auf JuraDent gibt's fertige, sofort verwendbare Musterbriefe zu vielen Problemen in der Kostenerstattung. Die sparen enorm an Zeit und Arbeit. Und das Beste? JuraDent kostet im Monat weniger als eine Kinokarte und weniger als eine Stunde Arbeitszeit und garantiert nicht so viel wie ein verlorener Patient. JuraDent. Einfach mal reinschauen.